Das Westminster-Bekenntnis Kapitel 12 von der Adoption Artikel 1 Die Annahme als Kind Alle die, die gerechtfertigt sind, würdigt Gott in seinem einzigen Sohn Jesus Christus und um seinetwillen der Gnade der Annahme als Kind teilhaftig zu werden, wodurch sie in die Zahl der Kinder Gottes aufgenommen werden, sich deren Freiheiten und Vorrechten erfreuen und wodurch sein Name auf sie gelegt wird, sie den Geist der Kindschaft empfangen, sie mit Zuversicht den Zugang zum Gnadenstuhl haben, rufen können, aber, lieber Vater, sie erbarmen Schutz, Fürsorge und Züchtigung von ihm, wie von einem Vater erfahren, sie jedoch niemals verstoßen werden, sondern auf den Tag der Erlösung versiegelt werden und die Verheißungen als Erben des ewigen Heils ererben. Verheißungen als Erstens